Auf dem iPhone ist es im Normalfall nicht notwendig, Apps im Multitasking regelmäßig zu schließen, denn das iPhone reguliert sich schon ziemlich gut selbstständig und sorgt dafür, dass das Gerät zuverlässig und flüssig läuft. Es gibt aber auch ein paar Gründe, wo es sinnvoll sein kann, die Apps im Multitasking zu schließen und welche das genau sind, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Wenn dich Videos zu iPhone-Tipps und Tricks interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Wenn ihr auf dem iPhone eine App öffnet, wie zum Beispiel hier einmal die Einstellung und diese daraufhin dann auch wieder verlasst, dann bleibt die App trotzdem im Hintergrund im Multitasking geöffnet. Sie bleibt im Arbeitsspeicher, das heißt, wenn wir hier jetzt in das Multitasking gehen und die App öffnen, dann sind wir direkt wieder an dem Punkt, wo wir sie verlassen haben. Das heißt, wir können hier nochmal etwas weiter nach unten scrollen, verlassen die App hier wieder und gehen jetzt einmal ins Multitasking und können die App wieder öffnen und sind direkt an dem Punkt. Und so wird das natürlich mit allen Apps gemacht, die ihr erst vor kurzem geöffnet habt. Der Vorteil, dass die Apps im Arbeitsspeicher geöffnet bleiben, ist einfach der, dass das Gerät so effizienter arbeiten kann. Die App muss nicht erst wieder neu gestartet werden und insgesamt ist natürlich die Bedienung so auch viel bequemer, wenn die App nicht immer wieder von vorne starten muss. Das bedeutet, dass ihr besonders Apps wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram, YouTube oder auch die Einstellungen, die ihr täglich vielleicht sogar mehrmals öffnet, auf jeden Fall im Multitasking aktiv lassen solltet. Und die solltet ihr auf jeden Fall nicht schließen, weil ihr sie sowieso mehrmals am Tag öffnet. Das Ganze ist in diesem Fall dann einfach effizienter und natürlich auch für euch viel angenehmer, wenn ihr die App genau wieder an dem Standort öffnet, wo ihr sie zuletzt verlassen habt. Es gibt aber auch gute Gründe, Apps im Multitasking zu schließen, unter anderem, wenn diese nicht reagieren oder eingefroren sind. Hier kann dann ein Neustart der App helfen, sprich sie einfach hier einmal aus dem Multitasking zu schließen und daraufhin wieder zu öffnen und falls auch das nicht hilft, dann auf jeden Fall einmal einen Gerätenneustart durchführen und gegebenenfalls ein App-Update installieren, falls das Ganze vorhanden ist. Wenn dein iPhone bereits etwas älter ist und weniger Arbeitsspeicher hat, können größere Apps und Spiele im Hintergrund die Ressourcen für andere Apps blockieren. Wenn ihr also zum Beispiel ein Spiel gespielt habt und dieses Spiel spielt ihr heute nicht mehr, dann könnt ihr dieses aus dem Multitasking schließen, damit der Arbeitsspeicher für andere Apps wieder frei wird, besonders wie gesagt bei älteren Geräten, wenn ihr diese noch verwendet, wie zum Beispiel ein iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS, iPhone X oder noch älter. Da kann es auf jeden Fall helfen, den Arbeitsspeicher wieder zu leeren, indem man eben größere Apps und Spiele im Hintergrund schließt. Und auch wenn euer iPhone mal nicht ganz rund läuft, auch da kann es gerade bei älteren Geräten helfen, ab und zu mal den Arbeitsspeicher zu leeren und das funktioniert zum Beispiel, indem Apps geschlossen werden. Grundsätzlich ist es effizienter, Apps im Hintergrund nicht zu schließen, aber auch die Akkulaufzeit kann darunter leiden, wenn Apps im Hintergrund weiterlaufen, die ihr eben nicht benötigt und das könnt ihr ganz einfach in den Einstellungen einmal überprüfen, hier einmal auf Batterie gehen und dann lädt das hier einen kleinen Moment, dann könnt ihr runterscrollen und zwischen den letzten 24 Stunden oder letzten 10 Tage wählen, das werde ich hier jetzt einmal machen und daraufhin erneut etwas weiter nach unten scrollen und dann hier auf Aktivität anzeigen wechseln und dann seht ihr auch schon, welche App im Vordergrund und welche im Hintergrund verwendet wird und wenn da Apps im Hintergrund extrem lange aktiv sind, dann könnt ihr hier das ganz gut sehen und könnt dann schauen, ob ihr diese App vielleicht nicht doch sogar aus dem Multitasking schließt, um eben hier die Akkulaufzeit zu verbessern. Ergänzend dazu könnt ihr dann noch einmal in den Einstellungen unter Allgemein und dann unter Hintergrundaktualisierung schauen, welche Apps hier überhaupt im Hintergrund aktualisiert werden können, welche das Recht haben sozusagen zum Beispiel etwas herunterzuladen oder den Standort abzurufen und so weiter. Das könnt ihr hier einmal ein- bzw. ausschalten und das übrigens auch noch einmal ganz speziell in den Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit, denn hier habt ihr einmal natürlich die Ortungsdienste, sollen Apps im Hintergrund die Ortungsdienste verwenden dürfen, ja oder nein und dann hier auch die unterschiedlichen Zugriffe, sollen sie zum Beispiel auf Bluetooth zugreifen können, auf das lokale Netzwerk, auf das Mikrofon und so weiter und dementsprechend, wenn die App natürlich im Hintergrund aktiv und verwendet wird, dann wird natürlich auch der Akku entsprechend beansprucht. Das heißt, das könnt ihr hier nochmal gesondert für einzelne Apps einstellen. Und ganz grundsätzlich, wenn euer iPhone mal nicht mehr ganz rund läuft, kann ich euch empfehlen, einmal alle Apps im Multitasking zu schließen, also wirklich hier jede App einmal hochzuziehen und daraufhin im Anschluss das iPhone einmal neu zu starten. So könnt ihr ganz gut sehen, ob irgendeine App im Hintergrund vielleicht die Performance-Probleme verursacht hat oder auch die schlechte Akkulaufzeit nach einem Neustart, könnt ihr dann wirklich nur Apps erst einmal öffnen, die ihr täglich benötigt und schauen, ob vielleicht euer Akku so besser funktioniert. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit und im Normalfall ist es besser, die Apps im Multitasking nicht zu schließen, gerade Apps, die ihr mehrmals täglich verwenden solltet, wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram, YouTube, die Einstellungen sollten nicht geschlossen werden, denn das hat eher einen gegenteiligen Effekt, da die Apps immer wieder komplett neu geladen werden müssen. Und damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, ich konnte euch hier einen ganz guten Überblick bieten, wann es sinnvoll sein kann, Apps im Hintergrund zu schließen und wann eher nicht. Und wenn es der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir mal euer Verhalten in die Kommentare, schließt ihr eher die Apps oder lasst ihr sie im Hintergrund laufen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut! Bis dahin, macht es gut!